300 Strafzettel in einer Nacht, Anzeigenhauptmeister, wie Spiegel TV einen 18-Jährigen zur Hetze freigab. Innenministerium melden zahlreiche Unfälle und Strafanzeigen bei Bauernprotesten. Wir haben den 10.3. und wir gucken uns am 10.3. auch die Nachrichten an. Reichelt verbreitet Lüge und Gericht verhängt Zwangsgeld. Zwangsvollstreckungsverfahren gegen Julian Reichelt. Ein Beschluss soll den NIOS-Chef dazu bringen, dass er den Falschberichterstattungen eine Gerichtsentscheidung tatsächlich befolgt. Mit einem Zwangsgeld oder Zwangshaft soll der frühere Bild-Chefredakteur Reichelt dazu gebracht werden, nach einem fehlerhaften Bericht auch die Konsequenzen umzusetzen. Das Landgericht Berlin hat festgestellt, dass er eine vorherige Gerichtsentscheidung dazu misstachtet hat. Jetzt sind 5000 Euro Zwangsgeld oder 10 Tage Haft verhängt worden, damit die Betroffenen zu ihrem Recht kommen. Was ist passiert? Auslöser war ein Video auf dem YouTube-Kanal Achtung Reichelt und auf dem NIOS-Portal, das der Gesundheitsdaten-Milliardär Frank Gotthard maßgeblich finanziert. Dort schießt Reichelt gegen alles, was ihm irgendwie grün oder vogue erscheint. Am 2. Oktober hatte er sich Seenotrettern vorgenommen und griff die Dresdner Organisation Mission Lifeline an und ihre Gründer Axel Steyer. Reichelt stellte die falsche Behauptung auf, Mission Lifeline werde von einem Verein finanziert, an dessen Spitze der Lebensgefährte von Grün-Politikerin Katrin Göring-Eckardt steht. Das stimmt nicht. Die Vereinsvorsitzende Hermine Poschmann fürchtete deshalb etwa, dass Spender abspringen könnten. Sie forderte Unterlassung und Gegendarstellung. Und wie sah die Gegendarstellung dazu aus? Die Gegendarstellung veröffentlichte Reichelt dort zunächst mit einem abgeänderten Text und lediglich in einer Beschreibung unter dem Video. Zuschauer mussten auf mehr klicken, um sie zu finden. Das war nicht das, was das Gericht von Reichelt und seiner Firma verlangt hatte. Die Gegendarstellung genügt den Anforderungen des Beschlusses nicht. Gegendarstellung müssen die gleiche Aufmachung wie die angegriffene ursprüngliche Äußerungen haben, sagte der Anwalt von Mission Lifeline. Er hat den Eindruck, dass die Gegenseite auszuloten versucht, wie weit sie im Hinblick auf das Thema Gegendarstellung bei YouTube-Videos gehen kann. Hm, merkwürdig. Damit Reichelt die Vorgaben doch umsetzt, verhängt er das Gericht auf Antrag von Poschmann das Zwangsgeld von 5.000 Euro. Die 5.000 Euro sind verreichelt damit noch nicht verloren. Bringt er die Gegendarstellung wie vom Gericht verlangt, hat er schließlich die Verhängung des Zwangsgeldes ihren Zweck erfüllt. Schwierig, Digga. Bis jetzt hat er das nicht gemacht. Mal gucken, wie teuer das noch wird. Ich hoffe, es sind Kameras auf ihn gerichtet, wenn er verhaftet wird und schreibt, dass er jetzt von der grünen Polizei verhaftet wird. Der kleine B***er, Digga. Anzeigenhauptmeister, wie Spiegel TV einen 18-Jährigen zur Hetze freigab. Vor gut einer Woche hat Spiegel TV einen Film über einen jungen Mann veröffentlicht, gegen den nun im Internet gehetzt wird. Er wird beleidigt und bedroht. Krankes Geschwür, schreibt jemand auf Facebook. Wieso schickt ihn keiner schlafen, fragt ein anderer. Mann, 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 dass der noch lebt. Der lebt nicht lange. Einfach mal umklatschen. Und immer so weiter. Berichtet wurde über einen 18-Jährigen schon Ende Januar. Erst bei RTL, dann im ZDF, beim Berliner Kurier, im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Aber die große Aufmerksamkeitswelle blieb aus. Zum 29. Februar kam dann aber Spiegel TV. Das Magazin widmete ihm und seine Hobby groteskt lange 18 Minuten. M, der sich ernsthaft als Anzeigenhauptmeister bezeichnet, fährt mit seinem Fahrrad an der selbstgemachten Schilder mit der Aufschrift Polizphie mit F befestigt hat durch deutsche und manchmal auch ausländische Städte und Gemeinden, um dort Falschparker anzuzeigen. Das geht relativ leicht und weil es für alles eine App gibt, gibt es auch dafür eine. Mehrere tausend Parkslünder will M auf diesem Weg bereits aktenkundig gemacht haben. Spiegel TV Reporter Adrian Basile-Moyler, Hobby laut Twitter-Profil Alte Autos, hat sich an zwei Tagen zu M herabgelassen, um ihn in seinem Heimatort und Buxtehude beim Anzeigenschreiben zu begleiten. Müller fährt mit dem 18-Jährigen von Fall zu Fall und immer wieder aufs Neue zu demonstrieren, wie absurd und denunzierend das ist, was M dort tut. Der Film ergötzt sich regelrecht daran, macht sich im typischen blasierenden Spiegel-TV-Sound lustig über Meister Pätze, den Knöllchen-Fetischisten und Anschwärzer vom Dienst. Die Nervensäge, Namen von Recht und Ordnung, sein vollständiger Name, sein Wohnort, alles wird mitgeliefert. Gut drei Millionen Mal wird das YouTube-Video in einer Woche abgerufen, so oft wie fast kein anderer Spiegel-TV-Film. Und mit dieser Kritik haben sie vollkommen recht. Vielleicht, das Problem dabei ist vielleicht, zu einem Teil, die Spiegel-TV-Doku selbst, vielleicht, das kann man sagen, es gibt ja immer dieses Argument, ja, aber ihr habt das ja veröffentlicht. Wegen euch ist der so bekannt. Das kann man übrigens auch machen mit, ja, Stay, du hast aber auch darauf reagiert und so. Verstehe ich vollkommen. Ist ein legitimes Argument. Ist jetzt aber nicht mehr eures, sondern ich gebe euch das einfach, damit ihr es benutzen dürft und habt ja auch mal was gegen mich zu sagen. Ist ein legitimes Argument. Das Problem ist halt einfach, dass diese Art von Film sehr gut zeigt, wie der Umgang in der Gesellschaft eben nicht funktioniert. Denn tatsächlich, und das habe ich auch hier gemerkt, ist der Umgang, so wie hier eben am Anfang geschrieben wurde, dass dem teilweise körperlicher Schaden gewünscht wird und das in Frage gestellt wird, warum der noch lebt, echt wirklich gestört. Wirklich gestört. Die Leute stellen sich auf ein Podest, zeigen mit dem Finger auf ihn und fragen sich dann, warum der noch nicht zusammengeschlagen wurde. Und merken dabei nicht, was für eine absurde, vollkommen groteske Position sie einnehmen. Vollkommen irre. Also wirklich vollkommen absurd. Man kann jetzt sicherlich darüber reden, wie effizient sein Handeln ist, aber am Ende ist es so, dass es nicht gegen das Gesetz, was er tut. Die App kann halt auch jeder benutzen. Und ich denke, in einer Gesellschaft, die so überdominiert wird vom Kfz und deren Privilegien auch irgendwie am Tolerieren von übergroßen Autos ist, das ist schon okay. Also wirklich, es ist okay. Vielleicht manchmal ein bisschen drüber und viele Anzeigen werden ja auch nicht weitergeleitet. Wir haben ja letztens das von Gräfen Heinichen, haben wir ja schon gesehen, dass am Ende des Tages von diesen tausend Anzeigen, dass am Ende des Tages davon zehn Anzeigen durchkommen und dann halt Strafgelder in Höhe von 300. Also ich finde es okay. Ich finde es okay. Das ist halt einfach eine individuelle Frage. Wie findet man das? Und wenn man betroffen ist, findet man das bestimmt schätze. Wenn man dafür kein Verständnis hat, auch vollkommen nachvollziehbar. Aber im Umkehrschluss ist es so, es gibt keinen Grund, keinerlei, wirklich keinen Grund, dass man ihm körperliche Schäden wünscht oder dass man das selber machen will. Und jeder, der das tut, gehört um ein Vielfaches mehr bloßgestellt, als man glaubt, dass er, also der Anzeigenhauptmeister von Spiegel TV, bloßgestellt wurde. Wirklich. Die Tatsache, dass auch nur im Entferntesten jemand sich mit dem Finger hinzeigt und sagt, ja, dem würde ich aber schlagen, diese Trottel muss man hervorheben. Diese Trottel. Denn das sind wahrlich Trottel. Fast 300 Strafzettel in einer Nacht Anwohner in Kostheim empört. Fast 300 Strafzettel wurden in einer einzigen Nacht im Ortsteil Mainz-Kostheim verteilt. Vor allem an Anwohner. Diese sind erbost und fragen sich, wo sie denn überhaupt noch parken können. Das Ordnungsamt hat die Anwohner ins Messer laufen lassen. Mit diesen Worten beklagt sich eine Merkurist-Leserin kürzlich mit dem Schreiben an die Redaktion. Sie wohnt in einem alten Ortskern von Mainz-Kostheim, durch den sich besonders enge Gassen und Straßen ziehen. Gerade für Bus- und Lkw-Fahrer seien die Straßenverhältnisse oft sehr frustrierend, sagt sie. Die Anwohner würden daher immer halb auf dem ebenfalls schmalen Gehweg parken, damit die Straße genügend Platz für die großen Fahrzeuge bleibe. Streng genommen, das wüssten alle, sei ein Verstoß gegen die Straßenordnung. Ehrlicherweise ist es aber nichts anderes machbar, da kaum jemand eine Garage hat und es keine andere Parkmöglichkeiten gibt, schreibt die Leserin. Bislang sei dies auch vom Ordnungsamt immer geduldet worden. Doch nun kam an einem Morgen in der vergangenen Woche der Schock. Über Nacht waren wohl Mitarbeiter des Ordnungsamts durch die Straße gezogen und hatten Strafzettel verteilt. An alle Autos, die natürlich wie immer auf dem Gehweg geparkt haben. Natürlich berichtet die Kostenheimerin. Sie vermutet, dass sie schlicht eine Maßnahme gewesen sei, um die Stadtkasse aufzubessern. Eine Frechheit sei das, zumal die Stadt auch nicht das Gespräch mit den Anwohnern gesucht habe. Genau 273 Strafmandate in 10 Straßen seien es gewesen, die in der Nacht verteilt worden sind. Offenbar habe sich jemand darüber beschwert, dass die Autos die Bürgersteine belegten. Daraufhin seien Mitarbeiter der Stadtpolizei hingeschickt worden. Es ging nicht anders, sie mussten rausfahren, zitierte die AZ-Stadtrat Rainer Schuster. Also ich sage, eine Behinderung wurde also verwirklicht, vorsätzlich. Okay, damit ist das, ja, ich wollte das euch nur berichten. Ich habe dazu gar keine Meinung. Ich muss nur ein bisschen lachen, aber ich habe keine Meinung. Wir wissen alle, warum das jetzt passiert. Lass mal das Leaderboard checken. So, wirklich, gerade noch neue Einträge. Tesla-Beschäftigte demonstrieren nach Anschlag vor Werk. Die Produktion liegt nach der Sabotage noch einige Tage still. Nun hat die Belegschaft ihre Solidarität mit dem eigenen Arbeitgeber erklärt. Mehr als 2000 Mitarbeiter kamen. Nachdem der Anschlag auf die Stromversorgung des E-Autoherstellers Tesla, haben sich Beschäftigte aus Solidarität mit dem Unternehmen vor dem Werk in Grünheide versammelt. Vor dem dunklen Fabrikgebäude, das nach wie vor ohne Strom ist, ließen sie am Freitagabend ihre Handylichter aufleuchten. Mehr als 2000 Mitarbeiter und Familienangehörige seien dem Aufruf des Betriebsrats gefolgt, sagte der Tesla-Werksleiter André Thiering. Erstmal, ich wusste gar nicht, dass Tesla einen Betriebsrat zulässt, aber das finde ich ja erstmal gut. Also tatsächlich, die Solidarisierung von Menschen mit ihrem Arbeitgeber, am Ende des Tages ist das ja eine gute Sache. Er schrieb am Freitagabend dem Kanrierenetzwerk LinkedIn noch, die Beschäftigten setzen ein klares Zeichen gegen Gewalt für den Zusammenhalt der Belegschaft und dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Die Produktion in der Tesla-Fabrik bleibt noch bis voraussichtlich Ende nächster Woche unterbrochen. Am Dienstag hatten bisher unbekannte Täter auf einem Feld in Ostbrandenburg Feuer an einem Strommast gelegt. Ja, ich finde das nicht verkehrt. Ich meine, wenn man sich da mit dem Arbeitgeber so zufrieden ist, dass man zu einer Lichter-Demo kommt und die Familienmitglieder mitbringt, ey, Bruder, das scheint dann ein guter Arbeitgeber zu sein. Meinst du, das war freiwillig? Nee, Elon Musk ist zu den Leuten nach Hause gegangen und hat die mit der Pistole bedroht, wenn die nicht zu dieser Scheindemonstration kommen. Genau. So wird es gewesen sein. Doku über Berlin-Tesla nicht gesehen? Doch, habe ich gesehen, aber vielleicht habe ich mich gerade nicht richtig ausgedrückt und wir sind bei all der Kapitalismus- und Elon-Mask-Kritik. Und Elon Musk ist wirklich ein B... So müssen wir nicht sagen. Also wird auch weiter bleiben. Aber wenn 2000 Leute zu einer Betriebsrat angefragten Demonstration gehen und für ihren Arbeitgeber demonstrieren, weil sie das da eigentlich ganz geil finden, dann muss ich sagen, wer sind denn wir, dass wir denen sagen, dass die Trottel sind in dem Moment. Weißt du? Weil die sind ja vor Ort. Hä? Wenn die da hingehen und das cool finden, wenn die ihre Bezahlung fair finden und so weiter und so fort, dann, wer bin ich denn, dass das schlecht redet dann in dem Moment. Weißt du? Ich meine, das sehe ich nicht. Das sehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde auch den Anschlag totale Katastrophe. Das ist alles dumm. Alles dumm, was da passiert ist. Und nicht zu rechtfertigen. Also diesen Brandanschlag und diese Kapitalismus-Kritik, diese, also wir wollen Tesla vernichten, vollkommen Trottel. Vollkommene Trottel. Digga. Und ich hoffe, dass, also das wird auch sicherlich klar sein, denn wir wissen, wie die Gesellschaft und die Polizeibeamten mit Linksextremisten umgeht. Oder diejenigen, die sie als Linksextremisten definieren. Wir können sicher sein, dass da ein paar Türen eingetreten werden. Ne? Erdogan überrascht mit Ande Kündigung zur Wahl. Jetzt gute Nachrichten oder nicht so gute Nachrichten? Ihr könnt jetzt einfach mal ganz kurz zuhören und dann interpretiert ihr einfach mal. Ich habe auch gedacht, das könnte ja beides bedeuten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass die Kommunalwahlen im März seinen letzten sein werden. Und dann dachte ich mir, holy shit, Alter. Wenn Erdogan sagt, das wird die letzte Wahl sein, meint er dann, dass er das letzte Mal antritt? Oder meint er, dass man das letzte Mal frei wählen darf? Das ist das, was ich dachte zuerst. Das war mein Gedankengang, literally. Der türkische Präsident will den für Ende März geplanten Kommunalwahlen zum letzten Mal antreten. Dies ist mein Finale, meine letzte Wahl, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Erdogan führt das Land seit mehr als zwei Jahrzehnten. Seit 2002 hat er mehr als ein Dutzend Wahlen gewonnen. Die Umstände dieser Wahlen war aber durchaus umstritten. So gibt es unter anderem scharfe Kritik an der Entscheidung der Presse und Meinungsfreiheit. Im Mai 2023 wurde Erdogan in umkämpften Wahlen für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt. Jüngsten Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin. Das Meinungsforscherinstitut MAK ermittelt diese Woche 51,5% Unterstützung für IMA Moglu. Nur 1,5 Prozentpunkte vor dem AKP-Kandidaten Murat Kurum. Dem Meinungsforscher Murat Geschi zufolge liegt Kurum bei 44,1%. Das Rennen ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, mal gucken, mal gucken, ob das jetzt auf die Demokratie bezogen ist oder ob Erdogan tatsächlich abdankt. Was ja für die Türkei was Gutes wäre. Erstmal grundsätzlich, ne, Veränderung. Innenministerium melden zahlreiche Unfälle und Strafanzeigen bei Bauernprotesten. Es gab da eine Spiegel-Anfrage und die Bundesländer haben jetzt darauf geantwortet, wie das bei denen aussieht. Vielerorts kamen bei Bauernprotesten Menschen zu Schaden. Das ergab eine Umfrage des Spiegels bei den Innenministerium der Bundesländer. In Brandenburg wurden am vergangenen Montag fünf Menschen bei einer nicht angemeldeten Aktion verletzt. Landwirte hatten in der Nacht Gülle, Mist und Holz auf eine Bundesstraße verteilt. In Rheinland-Pfalz kam es zum Zusammenhang mit Bauernprotesten zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen. In Sachsen-Anhalt sind 43 strafrechtliche Ermittlungsverfahren anhängig. 15 Versammlungen waren nicht angemeldet. In Hessen meldete die Polizei zwei Verkehrsunfälle im Umfeld von Protestaktionen. Zitat, leider nahm einer dieser Unfälle einen schweren Verlauf. So der Sprecher des Innenministeriums. Am 10. Januar übersah ein Lkw-Fahrer das Ende eines Staus, der aufgrund einer genehmigten Versammlung entstand und fuhr auf einen stehenden Sattelzug auf. Er verstarb noch an der Unverstelle. Auch der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt. In Schleswig-Holstein behinderten protestierende Bauern laut Innenministerium am 9. Januar ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. In Bremen erstattete die Polizei elf Strafanzeigen bei 15 Protestaktionen. In Sachsen verliefen die Veranstaltungen laut Sprechern des Innenministeriums weitestgehend störfrei, obwohl es in den Medien mehrere Berichte über Unfälle gab. Die anderen Bundesländer machten noch keine Angaben oder verwiesen darauf, dass derartige Informationen statistisch nicht erhoben werden. Also mit den Informationen aus den jeweiligen Innenministerien kann man jetzt halt schon irgendwie doch sagen, es gibt eine erhebliche Diskrepanz im Umgang mit diesen Bauernprotesten und Klimaklebern. Erheblich. Und das ist schon ganz schön traurig. Also ich persönlich finde das sehr, sehr traurig, denn alles das, was man geglaubt hat, bei den Klimaprotesten einzutreten zu scheinen, also die haben ja gesagt, die haben das ja, oh mein Gott, was ist denn Verkehrsbehinderung, da sterben Leute, was ist, wenn da Leute verletzt werden, passiert tatsächlich bei den Bauernprotesten. Also tatsächlich, das, was gedacht wurde, passiert bei diesen linken Klebern, passiert tatsächlich bei den Bauernprotesten. Es ist Heuchelei. Und ganz besonders im Umgang mit diesen Leuten. Wie viele Schmerzgriffe wurden denn bei dem einen oder anderen Landwirt gemacht, wenn er sich nicht den Maßregelungen der Polizeianheiten hingegeben hat? Wenn Klimaaktivisten Terroristen waren, was ist das denn dann hier? Also Wahnsinn. Wahnsinn. Das sind sehr merkwürdige Umstände. Sehr merkwürdige Umstände, finde ich. Katholisches Kirchenoberhaupt. Der Papst fordert die Ukraine zu Mut zur weißen Fahne auf. Während ein Großteil der westlichen Welt darum bemüht ist, der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs den Rücken zu stärken, hat das Oberhaupt der katholischen Kirche einen anderen Vorschlag. Die Ukraine sollte nach Worten des Papst Franziskus den Mut haben, eine weiße Fahne zu hissen und ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. Er denkt, dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt, sagte Franziskus in einem Interview mit dem Schweizer Sender RSI. Demnach zufolge wurde das Gespräch im Februar geführt, soll aber erstmals am 20. März ausgestrahlt werden. Wenn man sieht, dass man besiegt wird und dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben zu verhandeln. Das ist doch nichts Neues, denn es ist ja absolut nicht neu, dass die katholische Kirche oder Oberhäupter der katholischen Kirche von den Opfern verlangen, dass sie mal die Füße stillhalten und dass sie sich bitte nicht wehren sollen. Seid ihr schon ausgestiegen? Ausgetreten? Aus der katholischen Kirche? Oder evangelischen? Die nehmen sich in diesem Zusammenhang nichts. Ja? Schön. Dann auch zurecht. Wenn noch nicht, dann vielleicht mal ein Terminchen machen. Ja? Schön, he?